UNTERTITELUNG 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 Zeg het maar. Wie was je tegen? Ik weet niet precies welk jaar het was. Mijn zoon? Van haar moeder en haar vader? In 1932, mama en pap. In 1932 zijn we begonnen. Wanneer is dat gebouwd? Je hoort dat niet? Ik meen wel in 1948. Dat was kapot gezeten van de oorlog. In 1948 is het opgebouwd. Toen wordt georganiseerd? Later, in 1957, gaf weinig dat. Dansen, boontje oren, toneel, en uitwisselingen, verenigingen, van alles. Een beugelclub was die ook. Die lig je nog onger. Want het is een losse vloer ergens. Ik pak ze er dan uit en lag ze daar aan de kant neer. Dan lig je in die beugelbarne. Ja, dan lig je er nog prommel op. Dan moesten die klissen gezet worden. Allemaal van die schotten er rondom. Dat moesten in de hoeskamer worden. Die stonden allemaal in de scheur. Als er dansen was, dan moesten ze er weg gaan. Dan moesten ze dat weer afbreken en schuren. En als er weer toneel was, dan moesten ze het erop bouwen. Als er wat te doen was. Ja. Eigenlijk dansen, ja. Een boontje avond, toen ging het zo. Tornelen wong ik niet te verlaan. Maar ik moest werken. Ik ga niet eens kijken. Daar was mijn plaats. MUZIEK Wie oud zijn, Ger? 81. En twee maanden? Dat is ook 81. Die waren mij 82. Ja, dat kun je zeggen, he. Doe dat Ger. O, dat mis, zeggen ze. Er zijn er ook gekomen die in de winkel. En die zijn uitgeschet. Die zijn de heetsenaar getrokken. Gewoon in de woningen. Ja, ik ging hier naar Ousdekker heen. Naar mijn erendje. Vrede, zo. En daar zijn Marta. Miet en brood te verkopen. Ja, daar kwam Ousdekker heen. Dat was zo alleen. Alleen aan toe, zeg ik. Ja, naar de winkelen. Ja. Komen mensen dat kunnen kallen. Die vertellen nog wat er niet. Goed. Dus gaat er dan geen bellen stoppen? Nee, het trekt nog niet. Nee. Nee. Ja, dat is ook niet, he. Hoeveel ga je eens even door met de café? Nou, dat moet je het gewoon doen. Ja. Nee, het is niet meer jou, nee. Ja. Ja, ja. Ja, dat is ook wel een ouder klaantje weggevallen zijn. Ich bin der zwei Jahre 15. Was leefden sie dann in einfachen Häusern zwischen Groen mit Boerenblumen und ein Heg? Aber bläckbar leefden sie verkehrt, das Dorf ist modernisiert und jetzt sind sie auf der guten Weg. Want sieht, wie rijk das Leben ist, sie sehen die Televiziequiz und wohnen in Betonnedozen. Mit flink viel Glas, dann kann ich sehen, wie auf die Bank stelt, steht bei mir, und der Dress war mit Plastikroos. Das ist ein bisschen Nostalgie eigentlich. Wir laufen nicht die deur plat, aber ein paar keer per Jahr. Das ist ein bisschen binnenwippen, wie es mit den Menschen ist. Ich habe das schon mal in voetbal. Ich habe das schon mal in voetbal. Aber Peter ist von Kepern, ich bin von Roggel und ich kenne ihn 18 Jahre, denke ich, 18 Jahre. Und dadurch, wenn ich, dass er hier kommt, dann gibt sie mit und dadurch reik ich euch für sie. Und was findest du davon, dass sie noch steht, das Café, dann? Das ist super. Das ist ongeluiflich. Das ist ongeluiflich. Ich denke, das ist ein bisschen up-to-date, die ist von alles, ich komme auch von allerlei Volken, von allerlei soorten Menschen, soll ich sagen. Als ich kallte für ein bruin Café, ein bruin Café. Ich weiß noch, dass ich hier, wie das noch selber war war, in der Legere Schole in Kelpen. Und da war es ein jeugdbund, dann haben wir hier auf der Bühne noch aufgemacht gebracht. Aber das ist lange gelegen. Und der Winkel, 60 Jahre? Ja, in der Winkel warst und so. Das war auch noch gut. Aber das ist lange gelegen. Aber Peter, man, das ist so froh, oder nicht? Ja. Das ist so froh, oder nicht? Das ist so froh, oder nicht? Das ist so froh. Das ist so froh, dass du mit der Flaschenbeeren hast. Das ist so froh. Er ist so froh, oder nicht? Das war ein paar Weken, 40 gestorven. Das ist mit Patricia, glaube ich. Ich mag nicht röken, das ist so froh. Aber wenn ich so froh, dass ich mich nicht röken habe, dass ich mich nicht röken habe, ist doch nichts mehr an zu tun. Wir sind auch ein Mensch aufgewiesen. Das kam auch immer wieder hin. Das war ein Mensch. Das war Peter Wulange. Ja, oder fünf, sechs, denke ich. Die belden einen mal auf. Das war ein meiner, aber etwas ruhig. Das war der Weinbeurken. Auf einer Meunengemeur gebeld. Das war ein bisschen kaputt. Ich dachte mir, oh, Peter. Das war eine ganze Zeit. Das war das fürд, was ich sechs, sagte er. Sie wussten dann, dass sie dort gingen. Als sie nach einem Café gegangen sind, ist alles gekommen. Ja, das ist Knopfloh. Das kann man so essen. Hier habe ich Pry gezet. Hier habe ich Pry gezet. Hier habe ich Pry gezet. Das ist Petersilie. Wieslook. Das sind Doppers. Und da sind noch Slai-Honger. Das habe ich hier als Tuin gehabt. Ich habe hier in Spanien nicht alles in Schup. Ich habe hier noch Pestestruik. Ich habe hier in den Kerk, in den Betrieb. Ich habe hier in 1973. Dann ging auch Messküchers. Dann noch Vergezichter. Dann noch Freude. Ja. Dann ging ich viel mit allem. Und ein paar Rommel. Dann ging ich viel mit alles. Und hier habe ich selbst in den Betrieb gesputt. Ich habe hier in den Kerk. Ja. Dann muss ich die Strom anziehen. Dann wird der Kabel da binnenkriegen. Dann muss ich die Schlüssel packen. Dann muss ich das Open machen. Dann habe ich selbst überall warte Schlangen liegen. Das ist toll. Pas auf. Ja. Warum hast du das aufgeschrieben? Als Fremden kommen, dass sie was, was sie zu sehen, hat sie aufgelassen. Ich frage mich, dass sie in einer Krieg waren. Ja, dass sie in einer Krieg waren. Als sie in einer Krieg waren. Ich bin weg gewesen. Ich bin weg gewesen von September bis November. Ich bin weg gewesen. In welk Jahr? In den Beginn? 1944. Als die oorlogen waren. Ja. Und wurden sie dann weg? Oder wurden sie ingenommen? Ja, wir mussten weg. Ja, ich binnengeschritten. Gernaten binnengeschritten. Zalt kaputt. Und dann noch ein Stück von der KV. Wie? Mit vlechtigbommen? Ja. Ja. In den KV lagen Engelsen. Ich kam von Weert. Und die lagen die tanks. Und ich sagte, die schoet er dann hier op. Naar der Brug her. Und dann hier in den Bosch geschoten. Ja, das wurde nie gezacht. Ja, das wurde nie gezacht. Von Weert. Ja. Die kleine jongen. Die bringen die Engelse eier in. Die mogen ze zetten. Und dann kriegen wir drei allemaal op. Ja, das wurde nie gezacht. Echt wahr. Ja, das war nicht. Ja. Ja, das wurde nie gezacht. Und dann sah ich noch ein bisschen schoten. Haha. Ja, wir stingen die tanks in der Halke Rie. Fürthuis. Ja. Ja. Und die schoten hier oben. Ja, das ist. Dus hier waren precies... Ja, die Brug. Ja, die Brug, die Knaal. Die Brug was kapot. Die gingen er mit Butchen overheeren. Die Leute können mit Deutschland arbeiten und sie werden dann wieder zurückgekommen. Oder nicht? Ja. Was ich davon finde, dass diese Menschen das Café machen? Ja, das ist gewöhnlich, das ist eigentlich noch nicht mehr. Und immer sehr interessiert und interessiert. Ja, das ist toll. Das war 7 mei, das war 82. Ja, wie möglich ist das mit? Ja, das war doch nicht. Wie hat er 15 Jahre geworden? Ja. Als je toen auf Stap ging? Nee, da musste ich arbeiten. Ich war noch nicht auf Stap. Ich war nur alleine. Ich musste arbeiten. Papa und Mama waren schon alt. Ja, wie waren die dann? Ja, Mama waren 39 Jahre alt. Ich war mit ein paar Jahren 40 Jahre alt. Das war alle Menschen. Ich musste arbeiten. Ich musste arbeiten. Die waren mit den Schollgängen. Die gingen alle auf Stap. Und dann? Ja. 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 evideniędzy JapUr noch auf 100 olho. Ja. 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 Wir mussten das auch nicht. Wir mussten das auch nicht. Wir mussten die Fotos auch noch. Die fietsen stangen da. Was lebte sie einfach, in ein simpel Haus? Mit boeren, bloemen und einem Heg. Aber bläckbar lebte sie verkehrt. Ein Dorf ist gemodernisiert. Und nun sind sie auf der guten Weg. Wann sieht, wie rijk das Leben ist. Sie sehen die televisiequiz. Und wohnen in betonnen dozen. Mit flink viel Glas, dann kann ich sehen. Hoe auf die Bankstelle steht bei Mien. Und der Dres war mit Plastikrozen. Und längst ein Tuinplatz von meinem Vater. Ich sah die hoge bomen staan. Ich war ein Kind und wus nicht besser, Wir kommen jetzt ein Jahr oder vier Jahre hin und er ist gekommen, mein tweelingbroer, und dann sind wir hierher gekommen sind. Ja, aber ich sagte, mein broer, wir gehen doch nicht hierher? Wir gucken, wo es zu sehen. Ja, wauw. Nichts zu sagen, ich stehe, ich stehe, ich schaue es auf, ich schaue es auf und wir gehen nach Binnen her und schauen, wie es wird. Wir haben dort eine ganze Nacht auf den hoek von Buffett gezogen, das ganze Café ist voll, 25, 30 Mann, hartstikke gezellig. Auf dem Moment gab es schon immer mehr Musik, das war dann von der Jahre 60. Wir haben dort eine ganze Nacht gestanden und es war die schönste Kermis-Stichtwoest mitgebracht. Sinds dieser Zeit komm ich hier, wir probieren dann eigentlich immer wieder eine Woche hin zu kommen, aber es ist immer sehr rekening. Nachmittag halft zwei geht die deur open, dann sage ich hierher, und dann ist es auf der Schlacht, dann bellen ich, kommen sie auf, sie machen die zagen open und dann sage ich noch nicht zu, als ich da war. Und dann kommen sehr viele Menschen binnen, die wir hier nicht kennen. Und wenn ihr die nicht kennt, und es gibt keine Musik, muss ich einfach erzählen, und dann haben sie viel zu erzählen. Und das ist immer wieder zwei oder drei Jahre weiter. Aber das ist dann auch die Unieke, das ist eigentlich... Ja, das ist echt die Unieke, die rust die ich nevinkt. Ich habe eine hele schwere Zeit gehabt, echt wahr. Ich bin gescheiden. Ja, alsjeblieft. Und in dieser Zeit hatte ich viele Probleme mit. Und ich ging nicht nach Hause hin, aber dann ging ich wieder her. Und dann erzähl ich ihr Dinge. Und dann war ich wieder zurück, um wieder zurück zu gehen. Aber das klingt sehr dumm, aber das ist ja so. Ja, das koste ich noch verhalen. Und auf jeden Fall hat ich das nicht mehr vor. Und dann weiß ich auch, dass ich das nicht schade habe. Und das ist sehr wichtig. Und sehr schön ist das. Dass das noch ist. Weil das nicht mehr ist. Und wie ist hier die Zukunft? Die Zukunft ist wieder. Also hat ihr wichtig zu mir die Zukunft? Ich nehmeig welche dir welche zu tun. Dann ihren uns in� needlesdeal. Nein. Ich mag das nicht so gut. Ich bin deutsch. Ich bin immer wütend. Das Dorf vonuse, es ist vorbei. Das ist alles, was er für mich war, ein Gesicht und ein Erinnerung. Als ich langs der Tuinplatz von meinem Vater die hoge Bäume noch sah stand, ich war ein Kind, wie konnte ich wissen, dass das für gut vorbei soll gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017